So, dann starte ich mal. Dann mach ich CPUs jetzt aus. Ist ja kein 6w6. Würde es aber fairer finden, würde ich CPUs mitspielen eigentlich. Also bei mir ist der Tag aktualisiert. Ich weiß nicht wie es bei euch aus dem Ding ist. Bei mir ist es auch aktualisiert. Bei mir ist man die ganze Zeit. Ja, Cheap Cheap würde ich sagen. Cheap 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 Land. Warum geht ihr dagegen jetzt einfach nicht? Ja, fällt mir auch auf. Mit dieser Fall ist es jetzt auch so eine Anfangsstrecke geworden. Zum Glück finde ich Yoshi Valley nicht so schlimm, deswegen ist das okay. Nicht direkt mit, keine Ahnung, was ankommen. Große Drachenmau. Goldmine zum Beispiel oder sowas. Die können wir ruhig spielen. RBGM. Frage, ob haben wir jetzt noch einen Bimperwünn? Ja, wir haben keinen Sechsten. Ja, das ist ja ganz schön. Ich bin Scooty. Ja, keine Ahnung. Äh, Roy, Mr. Scooty. Metal Mario. Achso, sorry, meine ich auch Roy Scooty nicht. Ich bin Vario of Yoshi Biden. Aber wir sind auch Gitter in Yoshi Biden. Ja, sehe ich. Ich habe aber Platz 5. Soll ich trainen auf eins? Ja, ich traine. Ja, mach mal. Die sind hinter dir. Ja. Ich gehe mal auf Doppel, damit die es nicht bekommen hat. Die sind, jetzt kommt das zweite hinter dir. Der hat eine Wet von denen. Ja, ich sehe es. Jetzt versuch das, auf das du reinkommst. Mach dir mal die Prüche. Mein Duhaft. Und jetzt 4. Ja, er hat nicht. Ja, er hat dich. Ich habe 2 gebummerangt. Ja, ich musste Bumerang nach hinten hauen, damit ich dich dort. 4K, Achtung. Der hat Müll beginnt raus. Oh, Tüppel. Ja, voll. Ja, das gleiche. Ja, Tüppel. Top 3, Top 4. Nice. Guck mal weg. Ja, aber gut zu wissen. Ja. Da bist du. Mach sie gar nicht da kurz. Ja, gefällt mir. Boah. Das ist auch der Übernahme draußen. Ich hab Schock, ich hab Schock. Hatte? Ja, sind alle vorne aktuell. Äh, wollen sich vielleicht zwei Bisschen zurückfallen lassen für den Dodge? Ich hab den auch noch. Die sind gerade im Stern. Weil, also... Also, es ist eure Sache, aber ähm... Mein Gott. Ich bin jetzt eh raus... Zerstört worden. Aber ich hab nichts. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt hier so ein bisschen zugefallen. Ich will 6 da. 8er, 9er... Ja, dann geht mal beide auf den Dodge und dann... Was haben wir vorne? Noch? Oh, die sind hinter mir. Die 5, 4, 2. Ich hab einen Goldi bekommen. Wow. Ja... Ich hab zwei, drei, vier gerade. Ich hab den zu rufen. Äh, die haben ein Bild jetzt gerade. Wenn die den anmachen, müssen wir jetzt halt noch warten. Ein paar Sekunden. Ansonsten... Hm, ich bin noch 4. Keine Ahnung. Die haben ihn nicht an. Wir müssen jetzt... Okay, die sind im Bild. Dann müssen wir jetzt gleich... Kann ich letztes Set chainen? Oder hat einer noch was zu Dotschen? Ja, ich bin eh. Robin, dann schau ich dich noch vor den Boxen. Ja... Und... Wow... 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 Okay... Äh... Wär ist der Dicke auf 1 gewesen? Wann ist die? Oli... Oder? Nein... Ach so, schau das. Die haben mit dem Stern gedodcht. Ach so... Ich hab gedacht, der Dicke wäre vielleicht in Chrissy. Na egal. Ja, ich würd eigentlich sagen, dass... Dass ich... Eine Red und... Äh... Ein Schwung hatte. Ich hätt den ersten retten können und cutziehen, aber dann kann ich schon doch schocken. Ach so... Ja, ich hätt's ja gesagt, ob ich letztes Set chainen kann 5 Sekunden vorher, weil keiner was gesagt hat, hab ich... Weiß denn... Ja, du hast geschockt und in dem Moment hab ich die alten... Ach so, ja, so. Wusste ich nicht. So, das... Was Cheap Cheap wollte einfach. Ja. Ja, ich weiß auch noch, dass die auch die Kiryoshi-Bikes sind, aber die haben kleine Räder und Blatt. Ich hab keine Ahnung. Wir haben keine Lodges gezogen und... Wir sind halt aus den Top 3, Top 4 halt irgendwann rausgebrochen. Keine Lodges gezogen. Ja, ich hab auch nur aus Schwungsgezogen, aber... Das soll jetzt nicht ausrede sein. Fuck's. Ich glaub, es wär auch nicht schlecht gewesen, hätt ich auf 3 beispielsweise Schockes, dass die ersten 2 dann nach der 1. Vielleicht den Stern raus schocken können. Du. Du. Ah, noch mal bei Barja. Ja. Weil's war eine Gang-Ziegel. Ja. Ja, die ist noch Barlo gewechselt. Ja. Weil Barlo auf der Strecke gegangen ist. Ja. Ja, das war eine Gang-Ziegel. Ja, die ist noch Barlo gewechselt. Ja, die ist noch Barlo gewechselt. Ja. Da hab ich viel mehr drin. Was ist denn? Ja! Ja! Wir haben auf 1 einen Trey drauf. Immer machen ich Doppelkopf. Kann du ever schon hinter die Oli? Ja! Ich werde erst mal vor Augen. Das war los! Ja. Ich hab gerade gezogen. Er hat ne Hupfe. Der hat ne Hupfe. Oh er warnt noch der Hupfe anrufen. Auf den Alumnus. Ja er legt. Ja er legt. Ich war rechts oder der Hupfe. Der hat ne Bombe auf 1. Er bombt sein Maid mit, wenn er die gleich legt. Oh mein Gott die trittelt. Ja der hat die weggeworfen. Ja die trifft mich trotzdem. Weil die so lächerlich bei uns. Ich zieh gleich auf 2 Cut und dann hab ich Redchilder noch. Ok nice und jail die dann kriegst du vielleicht. Äh ich zieh Cut auf 7. Ich war trotzdem gewordet. Was? Warum? Die haben Top 2. Banane ist ganz rechts. Wie hättest du das geleckt grad? Boah ne die Wett kommt durch. Boah ne die Wett kommt durch. Boah ne die Wett kommt durch. Hoi. Reicht Bantosche. Und der hat noch einen Horn. Was ist das mit aus? Stern auf 7. Ja Alex. Wir haben gerade Floppt 3. Wir haben gerade Floppt 3. Vielleicht können wir das zumindest halten. Ich hab noch Feuer, aber ich muss dann wechseln, dass er mich nicht redet, glaub ich. Ne, ich bin reingefahren. Scheiße. Mein letzter, weil ich nichts gezogen hab im letzten Night. Ja. Ich fahr jetzt im Metal Market mit Yoshi. Auf den Trip. Jetzt schreibt Watson mir um 22.03, als ich zur Not kann er einspringen. Ja, das ist egal. Soller Joint fahren wir 65. Ja, nochmal Cheep Cheep, würd ich sagen, oder? Ja, Cheep Cheep. Ey, das war so lächerlich. Auf 2 will ich Cut ziehen, dann zieht der eine mit Schwung vorbei, dann kommt die Wett, keine Ahnung. Ehrlich war der erst halb vorbei. Cheep Cheep. Wieso immer noch? Ja. Ich hab schon wieder die Regelsrück gedanken, wenn wir jetzt reingekommen. Ich hab schon wieder gewechselt. Komm, let's roll Cheep Cheep. Ach, Poliare Link Picks. Nein. Die hatten aber halt auch echt alle 3 Track Picks bisher. Das wird schon wieder von den Track Picks her wieder ein trauriges Match. Aber so schlecht sieht man gar nicht auch. Nein, ja, ja, ich sag auch nur von den Track Picks bisher. Wir können halt immer noch gewinnen. Man liege vielleicht mit 16 oder 18 zurück. Das ist alles aber auch. So stück. Das ist ein Start. Ein Stück von uns. Ja. Oh Gott, wir haben ja noch was. Schnell. Wir haben Flop hier. Ich habe eine 1 gerade noch. Ja. Ja, genau. Ja, die war von denen. Ich denke, du war mein Name. Patrick. Ja, die war von denen. Patenthalter. Ich bin Kat auf sie mit Stern. Ich habe eine Red draußen auf 1. Na, der schießt sie mir die Locken jetzt weg. Die haben eine Feuerblume auf 5. Ich habe 10 Coins auf 1. Also ich kann vielleicht ein bisschen an. Die haben Schnur auf 2. Wir haben Shiny. Weitere. Die haben Bret auf 4. Die haben die Tiere in China. Die werden gleich auf 1 ziehen zu müssen. Bananefunk live an uns. Da. Die hat die Breton weggepackt. Ich ziehe die Breton gleich auf 5. Ich schaue die Breton weggepackt. Aber er weiß nicht. da liegt ich versuche den zu backspirmen diese Kurve den nicht lag ach man der lecker Analyse ich habe nach meinem Bullen geschlagen nach meinem Bullen wenn ihr wollt kann einer auf Dodge gehen oder so und wir schocken dann wenn wir alle durch sind oder wir schocken sie im Gleiter ähm wir wir können sie im Gleiter schocken hast du den Schock schon ready Olli? ja hab ich ok dann mache ich gleich einen Countdown nach dem Gleiter ok guckt dass ihr vielleicht ein bisschen stehen bleibt oder so wenn ihr wollt 3,2,1 Schock ja da war eine Creep nein jetzt sieht Double Reds man ridiculous alter man das ist so schlecht echt ja und der Typ legt sich aus der Green raus echt warum muss man immer gegen solche Lagger spielen in MKU ich verstehe es echt nicht ich bin sehr künstlerisch so krass in die Wand gefahren dass ich nicht runtergeschockt wohne ja nice ich hoffe der Schock hat euch ein bisschen was gebracht ich weiß nicht ob einer von euch gedobschen konnte nein einer hat mit Green an sich war okay aber wenn man Redshift plus Triple Greens auf 5 zieht guckt man jetzt nicht mehr so groß nach vorne die Green spot von jetzt aber ich konnte ich nicht recht soll ich mich schon weiß ja noch mal Cheep Cheep ich change jetzt alle können ja ich meine der Schock war ja also wahrscheinlich hätte mich in ersten Kostes konnten wir nicht wissen aber es ist halt lächerlich dass er in der letzten Box noch Double Reds zieht auf 2 da gibt es besser jetzt die ja gehen und schiebt es um ein bisschen das Problem ist auf dem Bus Welt lag mit Krunden Krund und richtig durch den blauen Bust Das ist ein Projekt. Kann ich nicht mal starten. Ich hab Pokémon gefahren. Ich hab zu viel Endgeld gespielt. Ich bin ein. Ich hab uns raus und A geht gleich nach unten. Ich bin ein. Oh mein Gott, du wirst nicht was in die Krabbe. Sorry. Ich war in. Nice, wir haben glaube ich alles hinter dem ersten. Ich zieh Cut. Ich bin ein, ich bin ein. Top 5 haben wir. Ich bin ein. Wir spielen gleich Cut und die haben aber auch Triple Shrooms. Die werden gleich vorkommen. Ich werde mit dem Red mal warten. Falls einer vorbeiziehen kann ich nicht gleich weghauen. Krabbles? Krabbles. Die geht nach außen. Oh, die Trollbahn. Soll ich trainen, Chrissy? Ja. Okay. Ich bin gleich eine Bombe hinter hier. Okay. Okay. Pass auf, falls du die auf der Ziel gerade nach vorne wirst. Äh, wirst du nach vorne? Oh, die ist in. Top 4, Top 10 ist immer noch. Ja, Top 4 immer noch. Die sind 5. Äh, ich werde versuchen jetzt zu Backspam die Kurve. Habe ihn erwischt. Fast. Krissy, was bist du für ein Spot? Acht. Oh, Fire Blue. Ach, wenn Blue Shell kommt, ich habe noch eine Ruppe. Okay. Bombe. Nein, die Bombe. Oh, die Trüppelbananen liegen da noch. Die Trüppelbananen nach dem Cut. Äh, Red kommt auf dich. Ja. Immer noch Top 3, ich weiß nicht wer 4 ist oder Top 4. Top 4. Bananen nach dem Boxen. Nein, der Show. Ich habe noch gedocht, lol. Okay. Oh Gott. Ja, die sind alle vom Boxen geschockt. Bitte nicht mich überfahren, Chrissy. Ich bin auf Brand. Bin rechts. Okay, nein. Top 4. Top 4 trotzdem. Chrissy hat mich wirklich gerne überfahren. Also. Oli muss so bleiben. Sorry. RA Deine Koppen sind vielleicht sonst geworden. Der Schock war relativ even. Oli wurde gekillt. Dafür ist Chrissy noch auf 4 vorgekommen. Das heißt, der Schock hat den jetzt nie nichts für schockt. Ja, genau. Ist mein scheinwöchster? Ja, aus. Wir müssten einfach nur den Start nicht alle verkacken, dann kann was wollt ihr das war ja da unsere strecken ja nicht man kommen außer alle viermal die bock ich war noch mal das wirklich spot zu halten die rechts rechts ich freue mich wieder wenn ich fortleid spielen kann tatsächlich ist es gerade plus minus null also wir sind genau ausgeglichen ich war jetzt elblau und joshi es gewinnt mir okay auch für alle alles alles hat doch schon bei drei gedrückt jeweils bei am richtigen die ganze fehlstatt versteht an auch konnte die Klinik die Klinik er ist es zu tun nein ein Stapel Prozent ich wollte es auch Ok, ich hab ne Reichstag bekommen. Ich werd geradlet, die sind alle hinter dir. Ok, ich versuch ihn hier zu backfriben. Geht das um nur Walu? Kann ich Hugo abziehen? Ja. Vielleicht laust du den Schirm hier drin. Ja, ich hab schon mal klaust. Nice, perfekt, dann kann der kein Cut ziehen. Ich bin noch eins. Versuch mal auf Shop. Ok, bin auf 5. Und... Ja, und backfriben rechts? Ich versuch zu backfriben den Turnier. Ich hab die Blue. Ja, ich bin doch eins drum. Egal. Ist ganz gut. Ready? Kannst Blue werfen, ich hab abgebremst. Wird. Ja, er bremst auch ab, aber wird zu spät. Trotzdem getroffen. Nice. Jetzt bin ich eins. Die Cut auf 8 wird's. Ja, hier. Oh, echt, das ist normal. Nein, bremst. Perfekt, Mann. Geht übernest. Auf der Haft, wo der Screen kommt. Ich lieg bei Nahen direkt nach dem Gleiter. Nein, oh Scheiße. Warte, ich werd noch mal getroffen. Letztum. Ne, ich bin Letztum. Ich bin noch gerne in der Schocker. Ich lieg bei Nahen noch auf der Line, die... Sind wir schon 3? Ich bin 3 geworden. Komm. Was den Typen bei Nahen hat sogar. Nice. 1, 3, 7, 9, 10. Keine Ahnung, ich könnte aber nach Ahnen irgendwie ausweichen. Keine Ahnung. Äh, minus 4 gerade. Wenn ich vorher richtig gerechnet hab. Solang wir die Schocks, die nur in die Blut ist mir alles gerechnet. Scheißegal. Äh, ist okay, wenn wir Iron Circuit nennen? Ja. Lass ihn nehmen. Iron Crystal. Hallo. Ach so. Was hast du da verstanden? Ich bin so verstanden. Das kam bei mir nicht an. Ach so. Also ich find die Schocker ist ziemlich cool, die Oli halt genannt hat. Also... Ein WR. Ja. Für mich ein WR. Hm? Ich knack ich noch wie preisig. Ich versuch auf die... Ich versuch auf die linken Coins zu gehen. Ich versuch auf die... Ich versuch auf die linken Coins zu gehen. Ach, er geht rauf, also? Ach, er geht rauf, also? Dann hat gar keiner kommt. Ich trai noch eins. So. Ah, er draftet. Fuck sake. Ich hab einen WR. Ja, der wird doppelbestimmt nehmen. Ich hab einen WR. Ich hab einen WR. Ich hab einen WR. Ich hab einen WR. Ja, der leckt sich weg, obwohl ich ihn deutlich gerönt habe. Ja, und er leckt sich weg, obwohl ich ihn deutlich gerönt habe. Ich bin drei jetzt im Schuh. Ich hab einen WR. Ich hab einen WR. Ich hab einen WR. Pikami, ich binจern. Gott neid. 6 bislife. Gott sleep. Iวก ich ihn. Ich habe einen Blupe. Ja, ich weiß. Ich hab einen WR. Ich hab einen WR auf 2 Kott ne? Ok, mehr oder nicht? Ich muss die livesen. Gott hat eine Bombe. Du hast einen Kar carbon. wins. Pass auf, ich komm vorbei. Bananen, ganz viele Bananen nach dem Leiter. Wir haben Top 4 grad. Perfekt. Ich kann meinen Ratchet grad noch zum Lichtschlepper ziehen. Ja, musst du nicht. Ich glaube, der hat ne Greenshell. Kannst du werfen, Alex. Ich warte vor der Line. Wird getroffen, nicht im Tod. Alter. Mal, hast du den nochmal gewartet? Ich bin noch zwei geworden. Ich war sechs, what the fuck? Ja, ich hab die noch, ich mein, nein, drei, letztendlich. Sechs, sieben, zehn. Dank fürs halten, Alex. Okay, jetzt sind wir plus zwei, hat. Das ist echt so knapp. Ich sag doch, mit Blau, was ist die Lauf. Was ist in Lab 3 passiert mit Overtrop 4? Äh, die Blue Shared hat nicht ungünstig getroffen. Wurde von Linguin oder eine Pflanze getroffen. Ich weiß es nicht mehr eigentlich. Ähm, Ice Ice Outpost könnten wir nehmen. Dann muss ich auf. Ist es okay für euch oder was anderes? Ja, können wir. Ist okay. Ja. Immerhin kriegen wir jetzt mal ein paar Track Tricks. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Ja. Okay. Falsch. Okay. Oder toll. Gut. Keine Ahnung. Das ist ja... Das ist ja vorhanden. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Ich war nicht mit oder was? Ich hab zu viel vorhanden. Oh Gott. Nein. Ja. Oh Gott, ich wollte sich den Armin haben. Ein Walo rausgeradded. Nice. Jetzt ist 2. Scheiße. Der Typ holt mich einfach, obwohl ich abkreuze. Ich bin auf 1. Banane vom linken Doppelseite. Der ist 4. Ja, er hat Double Reds. Hä? Warum kommt die Welt denn an, wenn ich ne Banane draußen nahe? Ja, ich wurde weggeleitet von 1. Mich auch. Ja, wir sind Top 3 jetzt. Ich krieg's beim ganz rechts ein. Ganz rechts. Und der hat dann noch nen Bomberang. Ja, musst du nicht. Oh mein Gott, äh, Chris, ich war... Ja, diesen Top alles, Top 4, Top 5, Top 6. Top 4, Top 6. Ich mach'n Bill an. Oh, ist das deprimiert. Ja, die haben... Ich mach' hier auf dem blauen Weg ein Stern. Ja, okay. Ich hab' ne Pflanzdruck. Die sind eins. Die sind eins. Äh, Alex, mach'n Bill an. Ich fall'n ins Bill etwas. Ich freu' mich mit nem Bild. Okay. Ach so, die Red geht nicht auf dich. Ich schwöre mit Gold. Ich schwöre mit Gold. Ja. Er schießt ne Red auf dich, Alex, direkt. Ich brauch'n noch ne Red. Ich mach'n Bullen an. Ich glaub'n. Und auf'n gelben Weg. Scheiße. Warum krieg' ich denn Draft hier kurz vorher? Oh, Mann. Ja, man ist das so unlucky, den Bounce nicht bekomme. Ja, ich bin letzter. Die haben Schock, die haben Schock. Spamt eure Dodges, wenn ihr euch habt. Für sie ist ein Stern dauerhaft. Ich, äh, ich bin ne Bill, Robin. Ja, ich hab'n noch gedodged, aber die sind eh durch mit allen Spots. Äh, die sind Top 3, auf denen das durch ist, und ich hab'n tatsächlich auch noch... Ja, die haben die. Der Latte Red schon auf der Strecke. Ah. Beerdigung. Oh, Gott. Ich hab'n hier. Wohin'n der Plätze gehabt mehr, ehrlich. Minus 16, aber ist egal, einfach weiter. Äh, Cheesland, Yoshi Circuit... Oder, wie hieß der? Cheesland? Keine Ahnung. Ich nehm' mal Cheesland. Du weißt ja, mit GBA, Leute. Stimmt. Mh... GBA... Ja... GBA... Nicht von den... Unleakten von den Strecken. Also, GBA, ja, ist halt die Sache, kann man auch runnen. Wenn, wenn, wenn von den Top, Top 4 nur zwei Leute runnen, und die können durchkommen, dann haben die halt Top 2 safe. Deshalb würd' ich eher, äh, Cheesland nehmen. Okay. Minus 16 ist noch absolut alles drin. Oh nein, wir verlieren. Ich geb' auf. Ich mach' den Rutsch. Nein. Okay, wir haben verloren, Leute. CD ist vorbei. Danke fürs Spielen. Ciao. 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 Ne, bis morgen, ne? Bis doch. Bis doch. Ja. Die haben echt Lack mit dir. Das ist krass. Ja, ich muss mir doch noch Google anschließen. Ja, ein richtiges WK lang. Ey, Alex, sag mal, schielst du auf deinem Bildschirm? Ja. Nein, 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 wirklich. Wirklich, Alex, du drückst jedes Mal bei drei. Nicht irgendwie so drei Frames zuerst, sondern wirklich bei drei. Das ist ja jede Strecke, das ist ja jetzt ohne Spaß. Ich drück' mal bei drei, dann hör' ich bei zwei und eins auf und drück' wieder bei eins und dann bin ich normalerweise noch zu schön. Was machst du? Du drückst bei eins? Alex? Alter, kann ich Ruhe anmachen? Ja, dann müssen wir schon. Oi, das frisst mich echt in den Backspin mit der Red. Boah, ich kann nur kurz. Wer ist sechs? Ich, 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 ich. Ja. Jetzt bin ich fünf. Gut. Hab' ich. Oh, der Bumaran ist auch. Oh, der hat Kree. Da bin ich voll. Oh, die nach hinten. Das ist der Gegner. Der ist so slow, der bei dir. Freier Frames. Boah, so hab' ich. Die ist auf B drück' mit Yoshi. Andri, das ist sogar dein Befeater-Dim. Das ist so slow. Nein, ist er nicht. Was hast du noch an dem Befeater-Dim hier? Äh, Chris, ich mach' einen Stern an uns, die Cut. Achtung. Perfekt, verbrechen. Der Feuer muss noch ganz brech außen. Äh, kann ich gleich ein Bubu anmachen? Auf Pflanze. Ich hoffe, ich krieg Adrie gebissen. Der hat Greens hinter die Alex. Vorsicht. Da muss man Schwum durchstellen. Ich muss auf Weds hoffen. Ich muss auf Weds hoffen. Ich schwum jetzt durch. Und dann komm ich noch eine Weds-Kruppe. Oh, kommt die Bombe denn her? Ich verstehe es manchmal nicht. Ja, die sind vor zwei durch, aber... Ey, was ist das? Was ist das denn, man? Die fucking Physik. Der hat doch eine Bombe. Von Gleitern. Ey, diese fucking Physiks, man. Ich verstehe es einfach nicht. Tja. 3, 5, 6, 7, 8. Vierten konnte ich auch nicht mehr Boomerang bringen. Boomerang. Ja. Alex, kann ich dir einen Tipp geben, wie du am besten einen Start machst? Ja, Mama. Mama. Äh, schau nicht auf die Zahl, sondern einfach oben auf die Ampel. Und drück bei nur zwei. Bei nur zwei nicht. Ich wollte immer gerade drücken, wenn du zu links hast. Zum Beispiel wenn der auf 2 auf 2 geht. Äh, Electrodrome vielleicht. Das ist ein bisschen zu früh. So kurz danach, so paar Sekunden irgendwie. Ich drück einfach lieber zu spät als zu früh. Okay, mach ich. Das heißt, ich drück irgendwann zwischen 2 und 2. Ey, Alex, du machst mich fertig. Joa, also ich drück immer bei 3 und dann wieder bei 1. Ja. Sag mal, hast du... Hast du jemals schon einen Full-Startup-Boost in diesem Spiel? Ja, hab ich. Ja, klar. Oh, egal. Wenn ich halt nicht mal funktionieren, dann sind Platz drauf. Das ist auch nur schon Jahre her. Drück einfach bei zwei, paar Sekunden. Ja, klar. Warte einfach mal. Ich guck auf die Ampel. Wenn Olli sagt, dass die Ampel bei 2 funktioniert, dann drück ich mir die Ampel auf. Ja. Ja. Oh, ich kann das hin. Oh, guck mal. Guck mal. Hat's funktioniert? Ah, keine Ahnung. Und der zieht mir Red. Ja, ich werd gleich hier weggehauen. Warum? Ich muss... Ganz legit hier, da rollen wir um 3. Ach, du packst du mit den Flow, Alter. 12 Points mit... Oh, der fährt so lang lang mit bei Red. Der gute 12 Points schaut gleich so gerade im Stream zu. Der ist so los. Der Dark. Der Tripple Banana Soft 6. Der ist so los. Ich zieh Cut und es kommt schon wieder ins Haus. Mach 5 damit. Bombe auf die Top 1. Oh, das treff mich fast selbst. Oh Gott. Ich geh gar nicht auf die Bombe, warum nicht? Die sind knapp rumgefahren. Die sind knapp rumgefahren. Ey, ich hasse diesen Garbage-Track, man. Fucking Custom-Track. Fucking Custom-Track, Alter. Kann ich Google machen? Der ist so schlecht für CTGP, der Müll. Beieinander oben auf dem Linkenlauf? Ich mach Bilder an Chrissi ganz links, Vorsicht. Oh, der zieht nach rechts, sorry, ja. Jetzt haben die Top 3 und der Slow und nicht mit seinen Zuppeln. Oh, der Blöden. Oh, ja. Hab ich ihn? Ja, was gibt's noch im Stock? Ich hab einen Clutch-Ich hab einen Clutch-Ich hab einen Clutch-Ich hab einen Clutch-Jag. Ich hab mal einen Clutch-Jag, ne? Ja, ich bin auf 4 rum. Ja, der wird uns jetzt eh wegx Treten. Wir können nichts gegen machen. Ne, er ist runtergefallen, okay, sehr gut. Äh, vielleicht kann ich Red's Chain. Kann ich wohl auf das? Nein, ich hab auch. Wir sind Fake-Straining drauf. Wir sind jetzt 8 damit bullen. Gibt's damit bullen? Ja, zwei Red's Chain. Ja, zwei Red's Chain. Ja, Junge, die geht in Knochen trocken, man. Wie kann das denn sein? Oh mein Gott, Chrissy, bitte, ich fasse Chrissy. Hopp. Ich war Bullets, aber die Richie passen alle. What the fuck? Ey, ich fasse es nicht. Die Richie passen am 8.07. Ich fasse es nicht. Ja, Elektro-Journe wieder, please. Okay. Hab ich sie eigentlich mit dem Bullets getroffen, Oli? Ja. Ach so, Chrissy, Chrissy wegen dem Bullet Lab 2. Ich bin extra links ins Offroad gegangen. Dass ich dich halt nicht treffe und dann zieht der Bullet erstmal komplett nach rechts durch. Ja, das ist auch ein bisschen seltsam aus, aber ist egal. Ich kann sowieso noch eine Bombe und ich wollte dir eigentlich auch wegen dem Bullets los. Ja, gut. Das ist ein Indisplacement, ne? Oh Gott, ich mach eigentlich so viele Zügekürze. Ja, mit Bullet kannst du ja kleine Teamkürze machen. Oh, ja. Und Leute, die zielen echt auf die Mates. Wer, 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 wer hat es nochmal gesagt, bei, bei Yoshi Circuit, bei diesem Geschlängel, wo man eh nicht lenken kann, ja, warum, warum triffst du mich mit dem Bild oder so? Ich weiß gar nicht mehr, ob das irgendwo war, da was anders ist. Ich glaube, bei Google was City gibt's auch für diese eine Stelle, diese Schlangenlinie, kann man auch schlecht machen. So, egal, game on, ich versuch den Toxic Modus abzustellen, 20 Punkte in drei Rennen, das schaffen wir noch. Let's go. Was haben wir? Hm? Geben die Hoffnung nicht auf. Zumindest. Oh, jetzt hab ich mal drei gemacht, das geht's wieder. Hä? Alles. Top 2 haben wir am Start. Top 3 haben wir am Start. Ja. Ich gehe auf der Prinzchen. Und ins Weiße gekickt. Und weg. Ach, Alex, man, da werde ich hier reingekommen und alles cancel. Ja. Dann muss ich wohl die Post-Skill-Straps machen und auf Prinzchen gehen. Ja. Die haben zwei Spiele-Green. Ja, ich wollte es mal. Gucken aber mal. Da ist es okay. Äh, Alex, nee, wird die. Dex, Ben-Rings, Robin. Doch. Ich glaube, eine von euch. Ich bin hinter dir, Alex. Der, die, 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 die für die zwei. Ja, die, die biechten, die, die, die rein. Ja, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Und die Green treffen nicht auf wieder. Egal, Game on, Roller, Game on. Immer oben fahren. Und Lusher kommt. Ja, Rippspirn. Oh mein Gott. Vielleicht hab ich noch einen Stern. Die fahren alle in Zug. Alex, ich bin 3, Top 3. Und ich zieh halt auf 3. Wenn du willst, kannst du die Bombe vielleicht nach dem Cut irgendwo legen, wenn ich in den Zug hab. Boah, ja, ich hab einen Green, ich bin da. Na, mein Triple ist ja geklaut. Ich versuche ihn zu backspam. Kannst du mir doppel lassen, Oli? Ja. Okay. Wer ist da im Wobo? Okay, Roller. Oh mein Gott. Oh Gott, Alter, ich bin mit Triple Greens. Wer ist da hinter mir? Hier im Rad. Die sind 3. Red kommt durch, Trill. Pass auf, ich bin oben auf dem rechten. Oben auf dem Ding drauf. Ich kann Cut ziehen noch. Feuer, Blume, wer war das? Och, Alex. Ich hab 3 von Ding getroffen. Ja, und mich hast du auch... Egal, 5. Ja, ich bin letztens noch gewonnen, weil die Bombe noch am Kopf vorziert. Ja, keine Ahnung, du hast die Top 3 kaputt gemacht, indem du mich gefeuerbloomt hast. Ist egal, Minus 12, noch zweimal Exacto Results, dann haben wir gewonnen. Dann haben wir gewonnen. Dann haben wir gewonnen, die einfach... Die einfach... Dann haben wir gewonnen. Dann haben wir gewonnen. Ja, free. Ja, free. Welche Stücke wart ihr? Ja, so viel. Ich würd sagen... Wobei Dschungeln ist für Olli nicht so gut, für Chrissy nehmen wir was anderes. Können wir ruhig sehen. Ne, ne, ne. Ey, es waren ja schon alle guten, oder? Wie wär's? Tic-Tac, oder? Ja, Tic-Tac, können wir meine Fegen nennen. Okay. Und wir dann überlegen, die erste Strecke Dichte. Ah, sweet, 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 sweet ist gegen Spanien immer schwer, weil die können... Die Male, nein, nicht Tm. Egal. Ich verreicht's. Ich verreicht's. Ich verreicht's. Ich verreicht's. Ah, ha, 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 ha. Damit aber als extra gute alte... Wie heißt denn Schrecke nochmal hier? Da haben wir extra Metro nochmal geübt. Mach schon Volcano. Da haben wir extra nochmal Metro im Training geübt und auf einmal dann kommt die Busche. Da haben wir einen schlechten Schlaf. Ratsch, wir haben auf 3 gezogen. Die haben alle hier hinten gespielt. Ich geh auf die Inneren Coins. Ahhhh... Ja, gut, ja. Ich bin auf den 1. Ich hol's mich raus. Die haben red auf 4. Die haben red auf 4. Die haben red auf 3. Ah, die haben Top 3. 1. Achtung, ich bin rechts mit ner Ratsch. Ich werde nochmal geradded. Das ist mein letzter. Ratsch, du glaubst. Mhm. Ein bisschen erzählt hab ich jetzt in den zerstören. Triple Bananas. Ich versuch den mal ein bisschen reinzufahren. Ja, ab 1. Ich hab Blue Cell. Ja, ha, raus. Ja, ha, raus. Ja, schön. Könnt ihr ruhig alle in einer Richtung fahren. Ich fahrliegen. Was auch wegen red back spam. Ja, ich werde jetzt dafür geraddelt wahrscheinlich, aber... Sieg hat auch. Der werde nicht. Ich fahr die Banane mit. Und ich werd so in die Wand gehauen. Das ist worthless. Der Bumerang, man. Es ist so schlecht. Ich hab den ersten gefogen. Der erste. Ich bin eins. 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 Ich hab 3. Wie ich gebummt wird. Ich bin jetzt... Der hat Feuer auf 7, Oli. Der hat Feuer auf 7, Oli. Der hat Feuer auf 7, Oli. Ja, und ich behinder den mit der Show. Ich zieh Cut auf 5. Ich zieh Cut auf 5. Ich zieh Cut auf 5. Ich bin 2. Wer ist eins? Ne, die sind eins. Die werden nicht probiert. Die haben 2 oder so. Der ist gut. Ich mach Sterne auch noch mal. Ich hab 2 Begrings auf 7. Oh. Ich hab ein Bill danach noch. Ich mach Bilder noch. Nein. Oh, das ist so lucky der Typ. Er ist so lucky. Aber es ist so unverdient. Ich wechsle noch eine Red. Ja. Ich will nicht sagen, was haben die gewonnen. Aber ist egal. Einfach weiterspielen. Vielleicht können wir noch... Okay, mit einer Top 5 können wir noch gewinnen. Und selbst wenn ich... Selbst wenn wir verlieren. Dann können wir vielleicht einen Bonuspunkt holen. Und dann gewinnen wir... Weak. Was weiß ich was. Mit Höhe. Wenn er es verschanden hat. Sollen wir nochmal RMC wählen vielleicht? Oder YoshiCircuit, wenn wir nicht so gutes Gott haben? Ja. Gute Wahl. Fuck. Nein. Ich hab die Soko-Verwuchst. Was hast du denn gewählt? Der Donut-Ebene auch. Ich hab Donut-Ebene auch. Ich hab Donut-Ebene auch. Ich hab Donut-Ebene auch. Äh, Alex, Alex wollen wir YoshiCircuit nehmen? Und ein, ich hab Donut-Ebene genommen. Das ist mal ne Strecke für schlechte Spots im Donut. Ja. Da kannst du auch gut Dinges, da kannst du gut Schwimmsteen. Ja, bei so vielen Items auf der Strecke. Alex, Alex fährt jetzt gleich 3 von 3 den NISC. Mach ich. Mit Fehlstart am Anfang. Nein, NBC. Okay, ist super. Ich drück jetzt extra bei zwischen 2 und 1 würde ich keinen Fehlstart machen, ne? Grad, grad wollte ich noch sagen, ja moin, mit einer Top 5 können wir's schaffen, aber auf NBC nicht. Ja, vielleicht kommt ein Wunder, wir schaffen es doch noch. Ja, kann sein. Also rück jetzt noch auf die Arme, Claudius. Ich bin auch beim zweiten nicht gerückt. Ich hab genau beim zweiten nicht gerückt. Ich hab genau beim zweiten nicht gerückt. Ey, viel, viel Leute Fehlstart, man. Das ist hier, das ist MK8D. Ja. 8D, ich triff die Leute nicht mit der Green. Äh, ich renne den hier, Olli. Ach, ne, der passt Alex, wenn die auf dich geht. Ja, sorry. Das geht auf meine Papa, Alex. Ja, die haben ne Ratchet. Achtung, Robo. Ja. Wo Robo kommt die noch mehr? Ja. Ich werd gerade auf 7. Und ich werd geradet. Boah, ey. Ja, ich glaub hier in Top 5 gefallen. Wie ist er? Aber das muss irgendwie andersrum, dass wir Top 5 haben. Ja, und Feuer hat er auch noch, man. Unridiculous. Ja, mach. Ja, Junge, sein Feuer, ey. Das kann doch nicht sein. Und ich werd auf 10 nochmal gebackstert. Oha. Ja, Leute. Wir brauchen jetzt Schock und dann Top 5. Ich hab einen. Der hat noch nen Horn. Ich bin doch jetzt eh Horn. Was kann ich denn dagegen? Ja, Mann. Psst. Was krieg ich für nen Bounce, Mann. So ein Hurensohn. Unfassbar. Ja. Ja, ich hab noch nie getreaded von denen. Drei... 360 Grad dringend. Ich backspwende Red hier. Ja, null Coins. Schuss Blusche. Oh Gott. Ich werd bewertet, mal gucken, ob ich was von ihm treff. Oh mein Gott, warum krieg ich mit? Der hat Feuerblume. Ich treff den nicht. Ja, boah. Ja, boah. Der ist ein Scheiße. Der geht, Jay. Boah. Farben wir doch mal rein. Das ist so cool. Er hat 3 und Green. Ja, er trinkt mich auch noch mal. Was hast du denn? Kannst wegwerfen, Robbe? Schießt du jetzt schnell noch. Ja, nice. Vielleicht treff ich nochmal einer, aber die sind so weit weg. Ja, Tripple Greens hab ich auch. Nice. Äh, hau sie nach vorne, vielleicht triffst du ihn noch. Ja, lol, jetzt ziehen sie auch noch alle davon rein. Ich hab schon wieder das Feuerblume. Ja. Oh. Echt schlecht, aber ich mein, liegt halt an der Strecke. Wer so einen Scheiß wählt und dann auch noch so lackert mit den Items, der hat's auch verdient zu gewinnen. Na ja, good games, danke fürs Spielen.